Tumore mit Haaren und Zähnen Teratomer gehören zu den Keimzelltumoren und können Haare, Haut, Zähne und Drüsenanteile beinhalten. Am häufigsten sind Teratomer bei Frauen im gebärfähigen Alter am Eierstock zu finden, der Moizyste. Doch auch Männer können betroffen sein, bei ihnen zeigen sich Teratomer vor allem an den Hoden. Die Keimzelltumoren können sowohl gutartig als auch bösartig sein. Teratomer gehen auf die allererste Entwicklungsphase eines Embryos zurück, sie bilden sich aus Stammzellen des Embryonalgewebes. Diese Stammzellen trennen sich in einem sehr frühen Stadium ab und docken an eine beliebige Stelle im entstehenden Organismus an. Dort entwickeln sie sich weiter. Die genauen Auslöser für die Bildung eines Teratoms sind wissenschaftlich noch unklar. Eine familiäre Veranlagung wird ebenso diskutiert wie ein Defekt im Immunsystem. Teratome haben eine meist glatte Höhe. In ihr befindet sich fertig gebildetes Körpergewebe wie Haare, Zähne, Knochen, Nervengewebe, Haut- und Muskelgewebe, aber auch Gewebe innerer Organe. Bei Teratomen handelt es sich nicht, wie häufig angenommen, um einen inneren Zwilling, sondern um versprengte Teile des eigenen Körpers. Teratome gehören zu den langsam wachsenden Tumoren und verhalten sich oft über Jahre hinweg unauffällig. Da Teratome die gleichen Vorgänge durchmachen wie anderes Körpergewebe, können die in den Wucherungen wachsenden Haare bei alten Menschen ebenso grau sein wie das Kopfhaar. Enthält das Teratom Schilddrüsengewebe, Stromauvari, kann eine Schilddrüsen über Funktion auftreten. Zystische Teratome, die am Eierstock vorkommen, nennen Ärzte Demoizysten. Viele Demoizysten bleiben winzig klein und unbemerkt. Zu Beschwerden kommt es meist erst, wenn sich das Teratom vergrößert und Druck auf das umliegende Gewebe ausübt. Zu den Symptomen eines Teratoms gehören Schmerzen im Bauch- und Rückenbereich, Schmerzen beim Sex sowie Funktionsstörungen beim Urinieren oder Stuhlgang. Mit zunehmendem Druck sind Blutungen möglich. Demoizysten können Faust- bis Kopf groß werden. In etwa einem Prozent der Fälle entsteht aus einem gutartigen Teratom, reifes Teratom, ein bösartiger Tumor, unreifes Teratom. In etwa drei Prozent der Fälle ist das Teratom von Beginn an bösartig. Auch wenn Teratome vor allem Frauen betreffen, Männer können ebenfalls betroffen sein. Bei ihnen bilden sich die Teratome meist an den Hoden, seltener im Nierengewebe, und sind immer bösartig, Teratukazinome. Meist ist nur ein Eierstock bzw. ein Hoden betroffen. Muss dieser entfernt werden, übernimmt in der Regel der andere Eierstock bzw. der andere Hoden die Aufgaben mit. Das heißt, Patientinnen mit einem Teratom am Eierstock können meist trotzdem schwanger werden und Patienten mit einem Teratom an einem Hoden können weiterhin Spermien bilden. Dennoch kann es passieren, dass Komplikationen auftreten und die Fruchtbarkeit bei Frau und Mann beeinträchtigt ist. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn beide Eierstöcke oder Hoden betroffen sind. In 10-25% der Fälle treten Dermoizysten bei Frauen beidseitig auf. Kritisch ist es auch, wenn die Bildung der Dermoizyste eine Verdrehung des Eierstocks zur Folge hat. Dann kann es passieren, dass dieser nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt ist und das Keimgewebe nachhaltig beschädigt wird. Platzt die Zyste, kann das aufgrund des hohen Infektionsrisikos ebenfalls kritisch werden. Muss das Teratom bestrahlt oder mit einer Chemotherapie behandelt werden, ist das für die Fruchtbarkeit ebenso ein Risiko. Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunkt Frauen jetzt im Netz André, Susanne, Lexikon der Krankheiten und Untersuchungen, Carito Universitätsmedizin Berlin Universitätsklinikum Heidelbeck Chirurgie Portal Online Magazin der Helios Kliniken E-I-J-R E-I-J-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G